Sorgen, Ängste oder Unsicherheit beeinflussen den Erfolg von Behandlungen negativ. Sie können unerwünschte Nebenwirkungen fördern und sogar die Wirksamkeit eines Medikaments reduzieren. Negative Erwartungen entstehen auf verschiedene Arten, durch eigene Erfahrungen, aber auch durch Informationen von Ärzten, Bekannten oder aus den Medien. Herr Schmidt hat gegen seine Rückenschmerzen ein neues Medikament von seiner Ärztin bekommen. Er liest sich den Beipackzettel durch und klagt seiner Frau seine Bedenken. So viele Nebenwirkungen und Gefahrenhinweise sind da aufgelistet. Ausgerechnet Magenschmerzen kommen sehr häufig vor. Er hat das Gefühl, die Hälfte versteht er gar nicht. Seine Frau erinnert sich, dass die Nachbarin bei diesem Mittel tagelang unter Übelkeit litt. Herr Schmidt wird immer skeptischer. Dieser Einfluss negativer Erwartungen wird Nocebo-Effekt genannt. Dieser Effekt beruht auf Vorgängen in bestimmten Gehirnarealen, die stark durch Informationen, unsere Wahrnehmung und damit Erwartungen gesteuert werden. Denn unsere Gedanken und Gefühle haben sehr reale und messbare Effekte auf Körper, Gehirn und Psyche. Wenn wir ängstlich sind und befürchten, Nebenwirkungen zu spüren, sind bestimmte Teile unseres Gehirns aktiver. Zum Beispiel Bereiche, die für die Schmerzwahrnehmung zuständig sind. Und Botenstoffe, die den Schmerz verringern könnten, werden weniger stark ausgeschüttet. Viele Studien haben bestätigt, dass Nebenwirkungen vermehrt auftreten, je eindringlicher ExpertInnen darüber aufklären und davor warnen. Das gilt für viele eingenommene Medikamente, zum Beispiel auch für cholesterinhemmende Statine und mögliche Muskelschmerzen und für blutdrucksenkende Beta-Blocker und Erektionsstörungen. Wie kann man solchen negativen Erwartungen nun als Patientin entgegenwirken? Informieren Sie sich über den Nocebo-Effekt und wie dieser wirkt. Achten Sie bei Therapien darauf, dass Sie sich insbesondere über die gewünschte Wirkung und nicht nur über mögliche Nebenwirkungen informieren. Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt, was soll mit dem Medikament erreicht werden? Wann setzt der Effekt ein? Was kann ich tun, wenn ich Nebenwirkungen spüre? Und fragen Sie sich persönlich, was sind meine Erwartungen, positiv oder eher negativ? Verdeutlichen Sie sich, dass die in Beipackzetteln gewählte Sprache manchmal sehr verwirrend ist. Eine sehr häufige Nebenwirkung bedeutet, dass 9 von 10, also die allermeisten Behandelten, das Medikament gut vertragen. Herr Schmidt holt sich Informationen von ExpertInnen und wirkt so aktiv negativen Erwartungen entgegen. Er spricht nochmal mit der Nachbarin und erfährt, dass ihr nur am ersten Tag der Einnahme flau im Magen war und ihr das Medikament danach sehr gut geholfen hat. Die neu gewonnenen Informationen helfen ihm, die Wirkung und mögliche Nebenwirkungen des Medikaments realistischer einzuschätzen und den Nocebo-Effekt zu verringern oder ganz zu vermeiden. Und dieses Wissen gibt er jetzt auch an seine Frau weiter. Und was kann medizinisches Fachpersonal in der Kommunikation tun, um negativen Erwartungen entgegenzuwirken? Ehrlich und verständlich über Diagnose, Behandlung und Medikament aufklären. Erklären Sie, wie es wirkt und warum es das Richtige ist. Reagieren Sie sensibel auf Unsicherheiten und Fragen. Beteiligen Sie PatientInnen an der Entscheidung. Dies alles senkt das Risiko von Nocebo-Effekten. Wir arbeiten an den Standorten Essen, Hamburg und Marburg daran, Nocebo-Effekte besser zu verstehen. Und wir setzen uns dafür ein, dass positive Erklärungen auch in den Beipackzettel mit aufgenommen werden, denn da fehlen Sie bislang. Sind Sie neugierig geworden? Wir haben für Sie wichtige Informationen über negative und positive Behandlungserwartungen auf unserer Homepage.